Hallihallo meine lieben Dota-Freunde! Heute mal mit einem Spiel von Wrathking. Wir sind nämlich zurzeit im Frostibus. Ich glaube schon. Irgendwie sowas. Festival, Event, keine Ahnung, sonst irgendwas. Und die haben ja dann immer so extra Kampagnen, die man dann da spielen kann. Wie gesagt, jetzt dieses Wrathknight, wo es um diesen Wrathking geht, alias Skeleton King damals noch. Ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ist nicht schlecht, auf jeden Fall. Macht mal Spaß, ist was anderes. Und jetzt hat jemand direkt meinen Charakter gepickt. Jetzt bin ich natürlich direkt mies gelaunt. Das ist natürlich blöd. Naja, jetzt spiele ich halt die DoorRanger, sonst spiele ich die Templar Assassin. Die ist da eigentlich ganz geil. Die macht da eigentlich ein bisschen Fades, aber naja, erstmal ein bisschen umgestylt. Ich sehe jetzt eigentlich ganz fit aus. Mal gucken, was so geht. Was jetzt hier in diesem Wrathknight neu ist, ich habe hier so einen Quirling Shot, nennt sich das. Und ich schieße so mehrere Pfeile dann raus. Im ersten Step quasi. Das ist eigentlich ganz gut, kommt gut. Also... Ich bin da ganz zufrieden. Die nimmt auch direkt meinen Platz da unten ein. Fotze. Na toll. Ja, mein Freund, der Misery, der spielt auch wieder mit. Mit dabei. Sieht so cool aus. Mit diesem Frost Set. Ein bisschen vom Silvern. Kommt schon gut. Oh, und da kommt er angedackelt. Läuft so ein bisschen wie ein Zombie, aber gut. Naja, naja. Ich bin mal gespannt. Da gibt es so verschiedene Phasen, Runden, sagen wir es mal so. Insgesamt 13 Stück. Am Ende kämpft man dann gegen diesen Wrathking. Und zwischenzeitlich, es kommen Zombies, es kommen Bären, es kommen Slarks, es kommen dicke Ursas, es kommen... Es gibt's noch Nature's Prophet, die dann alles mögliche beschwören an Bäume und... Das ist echt ein Gewusel, Leute. Wirklich. Das ist echt hart. Also es macht echt Fades. Ist cool. Ist auf jeden Fall was anderes. Aber... Ich denke, nicht für jeden geeignet. Oh, es ist natürlich jetzt schade, dass ich die Templer nicht spielen kann. Ach, was hat die mir so Spaß gemacht. Ach, was hat die mir so Spaß gemacht. Na ja. Oh, jetzt wird hier der Kram hier erst mal abgeframt. Oh, jetzt kommen natürlich noch gleich mehrere. Jetzt habe ich euch hier mal diesen komischen Shot gezeigt. Naja. Lauf zum Gold! Lauf zum Gold! Ich hoffe doch mal! Oh, natürlich fehlen uns wieder welche! Natürlich! Natürlich! Ach, wie behindert. Wie behindert. Ach... Schön alles stehen lassen Ja, der Misery, der macht hier erstmal die Einrichtung kaputt So nebenbei im Hintergrund Ich kann beides gleichzeitig spielen und einrichten Ja, das findet er nämlich ziemlich witzig So ist das halt Auf meiner Seite kommt nichts Alter, jetzt werden sie alle hier All ein Geier Ich kann doch diesmal alles aufsagen, ich bin nicht zu blöde für Ach, jetzt hab ich hier natürlich den Schmudder auf meiner Seite Ach, ja, ja Ich glaube, du musst weit weg Very well I go in silence Way ahead of you It's not time yet Von da unten Ach man, es läuft schon wieder nicht so gut Irgendwie fehlt auch gerade der Ex Ich brauch so lang für einen Schuss Ach man, ich will auch zunächst Ach ja, die Runde lief mal wieder auch nicht so gut Aber ich glaub, das liegt auch einfach daran Dass ich mich jetzt schon an den anderen Charakter so sehr gewöhnt habe Dass ich gar nichts mehr anderes an mich dran lasse Es ist einfach schwierig Ich hab's mir einfach anders vorgestellt Ich hab gedacht, ich zeige euch jetzt was richtig cooles, wie ich mit der Templar Assassin abgehe Ich hab mir dafür extra noch ein neues Custom Item gekauft Und ja, nichts jetzt natürlich Aber gut Ach man, ach man Das hab ich mir anders vorgestellt Das hätte besser laufen können Der hätte ich auch besser vorbereitet sein können Ich war einfach zu langsam Ich hab mich so auf das Let's Playen jetzt gefreut Weil ich schon ewig nicht mehr Let's Played habe Alles Und jetzt ist natürlich alles scheiße Könnt ihr euch ja vorstellen Ich hab dich schon wieder Mh, macht keinen Spaß. Er nimmt halt auch so schnell schnell. Oh, die hat einfach nichts drauf außer Zahnbeladen, Rawranger. Es macht null Spaß. So, den hauen wir jetzt weg. Komm, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Du hast einfach keine Chance. Du hast einfach keine Chance. Und ihr habt auch keine Chance. Nicht gegen mich. Nein! Und... Ihr habt einfach keine Chance. Ist denn hier alles eingesammelt worden? Ach... Und... Oh, schon wieder zwei Goldsäcke. Leute, Leute, Leute. Mann, Mann, Mann. So habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. So, wir sind schon in Runde vier. Weiß gar nicht mehr genau, was jetzt kommt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was kommt jetzt. Oh nein, die Behinderten. Oh, Scheiße. Die machen auch so gar keinen Spaß. Die machen so gar keinen Spaß. Die machen so gar keinen Spaß, machen die. Ach, wie behindert. Was für Affenköpfe. Ach, und der komische Slug-Tür vielleicht auch noch zu behindern. Jetzt hat das aber nicht geschafft. Diese Slugs, die sind ja auch gar nicht so die Behinderten. Das Problem ist einfach an der Safa, diese kleinen Scheiß-Krüppel-Dinger. Seht ihr, die machen einen direkt down. Da kriegt man die Krise. Und ich kann hier nichts machen. Außer Geldsicker einsammeln. Das geht. Das Wichtigste. Ja, das kann ich auch im Wahn leben. Ach, Scheiße, da oben. Und von da unten. Und da unten kommen sie auch. Und daneben. Wie behindert. Ah, wie behindert. Oh nein, und der Slug-Typ. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Keiner hielt mich. Keiner hielt mich. Nein. Und gestorben. Und das schon in der vierten Runde. Leute, das wäre nicht passiert, wenn ich Temple Assassin gespielt hätte. Da bin ich nämlich schon lange nicht mehr gestorben. Ach, Mann. Das ist doch schon zum Kotzen. Das ist doch schon zum Kotzen. Das macht doch gar keinen Spaß. Alter, wenn ich jetzt noch so eine Versagerung abkriege, dann ist es natürlich direkt vorbei. Warum habe ich mir eben Puts gekauft? Da habe ich jetzt einfach blöd draufgeklickt. Toll, das ist natürlich richtig ärgerlich jetzt. Ach, es macht so wenig Spaß. Ja, Motivation ist alles. Ja, sehe ich auch so. Okay. Okay. Den mache ich platt. Auf eine erklärliche Art und Weise. Weil ich's kann. Ich würde sagen, das geht gut ab. Hier im Paradies. So. Dann schnappe ich mir die doch mal. Jetzt nimmst du die mir wieder weg. Jetzt habe ich einmal die Gelegenheit, was einzeln zu töten. Und das kriege ich direkt wieder weg. Komm schon. vorbei. Dia ist raus. Ihr seid verbiegern. Ja! Und ich hab nichts mehr zum Regen! Das heißt, ich muss mir was kaufen! Sagen wir das Mist! Geringer! Ja, ich wollte nur nicht direkt wieder sterben. Wie behindert wäre das denn jetzt gewesen? Ich bin ja schon gestorben. So, Runde 6 ist jetzt witzig. Da spielen wir nämlich gegen so eine Bruised Mother. Und die legt ganz viele Eier. Und die ist ziemlich groß, würde ich mal sagen. Die ist schon mächtig. Da müssen wir gucken, dass wir immer die Spinneneierchen kaputt kriegen. Und dass wir schön beisammen bleiben. Und dass sie einfach... ...stirbt am Ende. Ja, das ist auch ganz wichtig. Die sterben wäre cool. Ja, ich glaube dann... ...nehme ich mir mal die Double Damage-Rune, ne? Jetzt hat mir die Windrunner auch noch geklaut! Vor der Nase! Ja, das war mein Gefühl. Ja, mal, seid ihr bekippt. Wieso tanke ich den? Ach du Scheiße, ich bin tot. Na toll. Gute Runde. Gute Runde, Sabrina. Richtig gute Runde. Wo ist denn die Dicke? Wegversteckt. Da läuft's. Alter, oben schon wieder. Waren wir denn an der Schwierigkeitsport drin? Nee. Ich weiß ja auch nicht. Ich hab ja gedacht, meine Frostpfeile würden die ein bisschen verlangt haben. Aber irgendwie nicht. Irgendwie mal so gar nicht. Ich will die auch nicht trinken. Nee. Ach, Mann. Ch wer... Das läuft sooo, Katastrophen. Ich glaub, das kommt nicht so gut. Oh man, sooo schlecht. Sooo schlecht. Oh, das war zum Kotzen. Das ist doch einfach zu holen. Oh man. Oh man. Ich bin bei dir der Rest. Am I sentient? Ich gehe in silence. To Battle. My time has come. Was machst du denn mit deinem Schickelschott? Wie kommt man denn da hinten hin? Ah, okay. Das ist wirklich ganz schön schwer. Naja, wenigstens haben wir immer alle Goldsäcke und wir haben keine Tower verloren. Wahnsinn! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! So, jetzt gehe ich wieder auf die Beine. Hoffentlich kriege ich das noch zusammen. Ich hoffe so. Meine Beine sind stark. Ach ja, und man kriegt hier in dem Spiel so coole Fragmente. Einmal Phantomfragmente und einmal Leuchtefragmente. Und Leuchtefragmente kann man 1000 zu 500 in Phantomfragmente umwandeln. Und dann kann man sich damit coole Geschenke kaufen. Also für Leuchtefragmente gibt es irgendwie auch Geschenke, aber das raffe ich irgendwie nicht so. Und mein Bruder, der eigentlich Ahnung hat, der hat gesagt, es bringt nichts, wenn man sich da was kauft. Also wandle ich immer schön um. Ja, so war der Plan von mir. Ich bleib mal lieber hinten stehen, habe ich mir überlegt. Oh nein, die schießt wieder voll drauf. Die soll doch... nein, 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 nein. Was macht die denn? Ja, und sind die Kleber? Ja, und jetzt habe ich die scheiße am Arsch, weil sie tot ist. Was macht man die behindert? Ja, und hier wird Ronnelies schon sehr stark. Ja, und hier wird Ronnelies schon sehr stark. Ja. Ja, ich sag doch, dass die behindert sind. Ja, ich sag doch, dass die behindert sind. Ich verstehe gar nicht, warum die Männchen überhaupt so stark sind. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. Was hier für ein Gemetzel stattfindet. Ach du, ach du. Ich weiß ja nicht, was es ist. Oh, Scheiße. Was ist da unten noch? Die haben es nicht verdient, wiederbelebt zu werden. Und so viele Towers sind kaputt gegangen. Oh, ich weiß ja nicht. 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 Ach ja. Ach ja. Schatz, hör auf zu Flamen. Flamen nicht gut, wer dem das Spiel überlegt ne? Ja. Was kommt denn jetzt? Na gut. Oh, ich hab vier Stück gekauft. Oh, ich hab vier Stück gekauft. Was, eine große? Nein. Ja, ja, ja. Ja, zu Droranger. Hatte ich ja irgendwann mal schon was erzählt. Die war ja jetzt eher unspektakulär. Wieso willst du den tanken? Na gut. Ja, ich war das. Ich hab ja nicht. Jetzt ist das Gold weg. Nein! Und ich! Mach mal Ball weg, wenn es geht. Feuchtende Packs. Ja und der kann sich nicht zurückkaufen. Ich sterbe gleich, nehme ich an die da. Ich habe alle Bärchen hinter mir. Das läuft ja richtig gut. Das läuft ja richtig gut. Da ist ja überhaupt nicht zurück. Steh wieder! Nachdem ich hier fünfmal mit dem scheiß Bär drum herum gelaufen bin, kam dann auch endlich mal einer. Ich habe mich sehr gefreut. Meine Teammitglieder haben mich nicht im Stich gelassen. Und der Altar ist ja schon angegriffen worden. Die Bärchen waren doch zu heftig. Toll und jetzt kommen noch die Hooks. Jetzt kommen zwei riesen eklige fette Putsches, die einen mit so einer riesen Hook erwischen wollen. Ja gut, nimm dir erstmal Double Damage bitte. Lass dich nicht hucken jetzt. Achtung der Hook kommt jetzt. Ich lass mich doch nicht hucken. Ich bin doch nicht verscheuert. Nein, ich würde mich nicht einfach so hucken lassen. Das war ganz entspannt. So, jetzt nur noch Lichtrunde. Die ist eigentlich immer tricky. Das Problem ist, die meisten raffen das einfach nicht, dass nämlich sein Ulti ja durch die Helden wandert. Und weil die halt denken, oh da kommt Masse, da gehen wir alle hin und der zündet sein Ulti, ist natürlich Käse, weil dann trifft es jeden. Und dann sind halt so drei oder vier Leute auch mal schnell Matsch. Also ich geh mit Push. Also ich schreib mal Split. Ich habe leider schon Goldsack für den. Ich habe nicht vergessen, ich habe es schon gesehen. Es tut mir leid. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Und gleich macht's. Nee, Licht ist noch weg. Licht ist noch ganz unten am Tower. Da bin ich an, dann würde ich sagen. Ach, das war doch mal richtig. Ich habe das Feuer. Den dicken hier will wieder keiner, den kann ich nicht. Oh, die Arme schau mal an, ey. So wie geht's. Hier liegt ein Sack Gold, ich komm noch nicht dran. Ich sterbe. Ja, ich bin aber schon tot, da nützt es mir auch keine Regeneration. Also die Rindrunner hat es echt verdient, nochmal zu sterben. Ich bin hier zweimal fürs Team Vaterland gestorben. Fürs Team Vaterland. Ach, ja. Das ist meins. Wo denn? Das heißt, dann geh ich jetzt nochmal hin zum Shop und hol mir ein bisschen was zum Healer. Wer ist Level 3? Ja, X, der hat's auf jeden Fall sau drauf. Deshalb kann der auch im Kreis bleiben. Und X bleibt nochmal im Kreis, weil er einfach fett genug ist. X ist great, yeah. X ist great. Richtig great. Da hat er jetzt einfach Such gehabt. Jetzt hole ich sie mir. Dann gehen wir. Ich bin ein Findier. Ich bin ein Fightier. Komm! Und die Kinschreitungen sind auch gut. Ich halte ihn, bitte. Kein Problem. Yes. Und X ist schon wieder tot. Halte ihn, halte ihn, ich drehe. Sein. Ja, wollte. Yeah. Das ging mal sauer ab. Und ich habe so viele Leuchtefragmente erhalten. Und das heißt, ich werde mir bald wieder was neues kaufen. Also, tschüss Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen.